Aber Linie gebaut und zack sind die Leute da. Geil, die Turis. Alles klar, Turis kommt her. Das ist natürlich jetzt der Hammer, weil ich hier trotzdem einen schönen kleinen Park und ich habe einen schönen Tag für mich. Ich habe einen schönen Tag für mich. Mit 35 würdest du nicht weit kommen. Wo sind überhaupt meine Blöden? Komm schon, ihr könnt 500 kmh fliegen. Scheiße, was? Passagiere. 34, warte, hatte ich die nicht. Oh. So, übernehmen. Mal sehen, ob ich jetzt einfach abartig loslegen. Das ist eine Stilkapazität. Geil. Mit der Zeit Abstand gewinnen. Oh, es kommen noch mehr Leute. Ah ja. Das war ein Fahrzeug. Minus eins. Also einer wollte... Alles klar. Ich sah halt halt Schild 2.9. Die damit fliegen, also... Hier warten 65. Gleich noch eine Menge mehr. Holy shit. Nee, ey. Ernsthaft? Okay. 100. Ähm. Ähm. Nieden wir sich. Fahrzeuge hinzufügen, nur, nur mein so, hm, komisch, na gut, ähm, ich weiß, was ist mittlerweile, einfach mal nur 65, echt, wenn das so weitergeht, muss ich jetzt 129 warten, aber ich glaube, ich brauche noch mehr Zeppelin, was dauert das mit der Fahrt Ewigkeiten, naja, so, fast, einfach kein Plan, weißt du, weil momentan sind die noch relativ dicht, aber das ist natürlich, weil, das sind jetzt 180, knapp 200 Leute, die hier warten, jetzt bin ich mal gespannt, was rausgeht hier, weil der hat ja jetzt 98 Leute da, wenn die hier raus wollen, wäre das gut, wenn sie wieder zum Bahnhof wollen, haben wir ein Problem, obwohl die anderen haben natürlich, Okay, okay, ich meine, der hat nur 27, ich habe 20 bei der letzten Station aufgeladen, also, So, genau, wo gehen die jetzt hin? Wir warten von hier mit dem Auto, parken Dach und gehen, ach du Scheiße, okay, Okay, so, 27, mein Freund, Wäre so der Plan, ne? Ich bin halt eingeladen. Das geht? Oh, shit. Die haben andauernd Problem noch, ihr Zeug zu bekommen, obwohl das eigentlich hier schon ziemlich gut fließt. Technisch. Gestanden haben. Eigentlich fließt das ganz gut. Ja, wir sehen, wir sehen, aber das ist okay. Schiff wiederkommen, aber, naja, ich meine, 31 Leute werden jetzt hier aussteigen und die zwei Leute steigen ein. Ja, 1, 3, 3, 1, 2, 1, ja, jetzt kommen hier, passen, ich bearbeite die mal, ne? Ups. Was sind Leute bringen können, die heute? Dann soll mir das nächste. Mein. Ich weiß ja nicht, was. Plus einer. Was ist es? Plus zwei, also. Ja, vielleicht ist es doch zu viel, ja. 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 Mal hier warten jetzt, was, vier Stück. Vielleicht habe ich es jetzt zu schnell gemacht. Tüttere. So, ich überlege das hier jetzt. Und in. Ist das echt super, dass ich die damit abfangen kann. Also, ich hätte jetzt auch was anderes nehmen können, aber. Mal wo sind wir. Du warst fast voll, ne? Ich bin ja bei 2,7. Hm, ja. Friedhöfevolles. Was sind wir schon hin? Ja, das ist. Willkommen oder. Shift. 100 von 1000. Das heißt, die können noch. Ja. Nein, sie können 240 Leute mitbringen. Das heißt, das waren noch die, die auf dem Weg waren. Die Scheiße. Frachtschiff. Frachtschiff. Oh, da hinten kommen noch mehr. Nur 97. 97. Aber. Grundsätzlich. Wie viel hast du? 100 und 100. Nee. 100 und 98. Das sind jetzt auch. Das sind jetzt auch. 95. 100. Alter. Das heißt, hier auch 62. Direkt ab. Das ist das 240. Das ist das 240. Wahrscheinlich, ja. Verrückt. mein Luft ist jetzt. Mein Luft ist jetzt. Was ist das? Auseinandersinn. Ach, die bewegen schon viel. Da sind, äh, 140 Leute. Und hier haben die geschw----. Alles klar! Flugzeug? Kann ich dich anklicken? Ne. Alter Schwede. Was machen die denn hier für Kunststücke? Das waren... Ich glaub, ich hab die zu schnell gemacht. Die fliegen da ja echt... Die Flugzeuge sind ein bisschen schnell geworden. Gut. Wie warst du dabei? 176. Binko. Tunnelpassagiere. Boah, dann komm immer noch nicht mit den Massen hinterher. Ich glaub, es war schon eine gute Idee, hier Business Gebäude hinzustellen. Die sind der Lärm nicht interessiert. Kaufen, Hashtag Sex? Achso, von der Einkaufen Bahn, die... 100 raus, 3 rein. Hier niemand. Oh, kein... 0, 0. Das ist wohl nicht so beliebt, die alte Stelle. 100. Oh, mein Gott. Wo ist das nächste Kruzschiff? Oh. Ich bin noch gar nicht zu viel Schiffer weg. Schade, schade, schade. Genau. 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 Keine Ahnung, ah... Keine Ahnung. Hmm. Okay. Oh, shit, worauf warten die? Ach, das ist die Entlade-Nummer. Ampeln? Ne, ist auch rum. Wann? Wackeln. Das wäre echt ätzend. Mein Auto reicht. Wann? 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 ich stehe lieber schiff warten aber gerade kommt keins hier sind eigentlich immer irgendwelche leute hier sammeln mit 15 stück das ist eigentlich ganz gut meinen gewinn machen wir damit auf jeden fall nicht aber bald bald um soll ja 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 ich 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 den auch mal benutzen wenn ich dann den strom bin und ich mach das blöde jedes mal aufs neue sind dann ach shit ok jedes mal aufs neue sind da Ampeln nur weil es eine gute Straße ist ich so so dann brauchen wir nicht mehr gucken und die fahren die heute so gut gedacht hier rum um da lang zu fahren um da lang zu fahren oh aber auch ja das ist so so das ist echt hier ein kr- so ich ist echt hier ein kr- ich nicht ich Das ist vielleicht nicht die blöde Idee. Die wollen jetzt alle... Nach da hinten. Okay. Spurige Autobahn. Ach, da kommen jetzt noch die Uhrenstationen. Komme ich denn nicht runter? Ach so. Oh, ich darf nicht... Okay, das heißt, ich bin jetzt unter der U-Bahn. So. Um. Okay. 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 Ähm. So. Gefälle zu stellen. Ach, solange es irgendwo funktioniert. Große Lücken hast du liegen gelassen. Ich hoffe, dass die Auszubahnausfahrt sein soll. Okay. Okay. So. 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 Einigermaßen okay, also ich könnte noch hier einen rausbauen. Ich könnte noch hier einen rausbauen. Fälle zu steigen, Fälle zu steigen, Fälle zu steigen. Viele hier in das Gebiet sind.